Hallo, ich begrüße Sie. Ich bin neuer Oberarzt in der Fachklinik Allgäu, das ist eine Rehabilitationsklinik für Lungenerkrankte. Und wir machen am Samstag, den 12.10. von 10 Uhr bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Da werden Vorträge gehalten, es können Fragen gestellt werden, es gibt ein Programm für Kinder, also das heißt, es ist sehr umfassend, um die Klinik vorzustellen und ich würde mich freuen, wenn Sie am Samstag teilnehmen können. Bis dahin!